Prozesse Vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt beginnt heute der Prozess einen 54 Jahre alten Mann, der im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes deutsche Steuerfahnder bespitzelt haben soll. Dabei ging es vermutlich darum, wie die Finanzverwaltung in Deutschland beim Ankauf von brisanten Steuer-CDs vorgeht. Der Mann war Ende April in Frankfurt verhaftet worden. Die Anklage wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Konkret soll Daniel M. Zwischen Juli 2011 und Februar 2015 im Auftrag eines Schweizer Nachrichtendienstes die Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen ausgespäht haben. Unter anderem sollte er laut Anklage der Bundesanwaltschaft Daten deutscher Steuerfahnder vervollständigen, die beim schweizerischen Geheimdienst nur lückenhaft vorlagen. Als die Angaben komplett waren, leiteten die Schweizer die Strafverfolgung von deutschen Steuerfahndern ein, die am Ankauf von Steuer-CDs beteiligt gewesen waren. Gegen drei nordrhein-westfälische Beamte ergingen Haftbefälle. Nach Auskunft des Nordrhein-Westfalen-Finanzministeriums hat das jedoch keine Wirkung, solange die Beamten nicht in die Schweiz reisen. Der Fall hat das Verhältnis zwischen Deutschland und seinem Nachbarn erheblich belastet. Nordrhein-Westfalen-Finanzminister Lutz Lienenkimper, CDU, spricht von schwerwiegende Anschuldigungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017